Und der rührige Piratenabgeordnete Lukas Lammlach. Wie erklären Sie das der eigenen Parteijugend, die seit Wochen im Jointkostümchen durchs Land zieht? Hat jetzt gemerkt, Haschrauchen darf ich nicht. Ich persönlich möchte die Freiheit haben, kiffen zu dürfen. Von 98 bis 2005 regierten sie sogar im Bundestag. Warum haben sie da kein Cannabiskontrollgesetz eingebracht? Und ansonsten, wenn sie es nicht tun wollen, dann müssen die Bürger aufstehen, wie wir das heute getan haben. Echt verlobener Dreck. Sie hatten zwei Monate Zeit, sich einzubringen und diesen Antrag mitzugestalten. Würde ich mich freuen, wenn jetzt nicht dieser Antrag der Piraten einfach so sang- und klanglos von Rot-Grün abgewiesen wird. Muss man ja sagen, die Piraten haben die Vorarbeit geleistet. Da muss ich ja gleich mal jetzt einen orangenen Hut aufsetzen. Und dann, wenn wir das nicht tun wollen, dann können wir das nicht tun wollen. Und dann, wenn wir das nicht tun wollen, dann können wir das nicht tun wollen. Und dann können wir das nicht tun wollen.